Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair Ach ne, das geht auch nicht Haha! Mixer Was ist das denn für ne Scheiße? Warum ist irgendwas? So können wir nicht springen oder noch Oh Oh Es ist weggefallen Jawoll Aber ich weiß nicht wie das geht Ey, ich bin so schlecht Was macht ihr denn da? Hä? Wieso hat Arne das geschafft und ich... Ist ja wohl lächerlich Ey, so ein Schad ist scheiße Ähm Ich glaube nicht, dass das schaffbar ist Na, was für was denn? Weiß ich auch nicht Wie kommt... Ey, wie kann Arne so hart reinla... Hä? Hä? Ja Junge, wie kannst du so weit springen? Weiß auch nicht Was ist das für ne Scheiße? Ich bin genau so gesprungen und bin nicht mal ansatzweise da dran gekommen Bullshit Nein Nein Oh Mann Nein Oh! Nein Scheiße Ey, das ist doch ein Witz hier Das ist halt echt voll... Was ist das denn? Oh, ich hab was gefunden. Ey, so ne Scheiße hab ich noch nie gesehen. Bums, Alter. Ist ja wohl ein Witz. Nicht da einstellen, dann kommen die doch gar nicht mehr durch. Ey, kein Bock auf die Scheiße hier. Ey, jetzt hat Arne gewonnen, toll. Mann, Nils. Comeback, ja. Immerhin nicht null Punkte. Ist Nils schon wieder gelieft? Ne. Ja. Schon wieder. Ich liebe es andauernd. Hatten wir die nicht gerade eben? Ja. Ja. Oh. Hä, meine Maus geht nicht. Hä? Das wird nichts. Das kann man nicht schaffen. Ah, na. Das geht nicht Arne. Das ist knapp, warte. Das geht nicht. Okay. Ich hatte recht, ging nicht. Wer baut denn da auch so ne Scheiße? Ja, das war locker Arno. Ja, war ich auch. Was ist das denn? Ah, das wollte ich haben. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich will das Paket haben. Oh, kommt man überhaupt dran? Juuuuh. Boah, ich krieg das doch gleich wieder ins Fresse. Ins Fresse. Ins Fresse. Ja. JAAA. JAAA. Wieso springt mein Auto denn nicht? Äh. Ja, komm mal. Versuch's mal. Jungen, die ist echt passiv. Alter, was sind das für langweilige Runden hier? Ja. Biss für shit. Nein! Oh! Oh! Ey, das ist mir doch schon wieder zu viel hier, ey. Du musst Timelack haben. Nein! Ja, jetzt halt ich die auf, oder was? Ne, ja, ne. Oh. Ne. Ah! Ja, warte. Alter, Junge. Das, ne. Er hat reingebackt. Das ist doch scheiße hier. Ja. Ne. Toll. Er hat bei mir so reingebackt. Absolute Scheiße. Ei, ei, ei. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Oh, der Clever! Ehe, ei. 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 Alter, der Schrei. Ehe, ich gewinn das noch, Freunde. Wir müssen das Paket da oben absnacken. Ich gewinn das noch. Wir müssen wir irgendwie da an das Paket da kommen. Ey, genau, nimm das da und pack das da hoch. Alter, jetzt ist da Stachel dran drauf, weil ich mich verarsche? Wie soll das denn? Oh. 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 Kann ich da drauf stehen? Nein. Oh, ne. Erstmal kurz Pause. Hol mal das Paket da oben ab. Oh, rutschig. Rutschig. Oh, leck mal das Paket da oben. Was? Hol doch mal das Paket, Alex. Junge, chill mal. Ich hab grad... Nein. Wenn das jetzt nicht für mich ist... Boah! Ich hab noch nie was gekriegt. Ey, ich brauch den Waschbären. Vielleicht kommen wir jetzt rein. Wieso krieg ich nix? Nochmal Falle. Hör doch mal irgendwas für den Waschbären. Der Waschbär ist cool. Oh, das ist ja gar ein Draht. Er ist ja gar nicht drauf geachtet. Nein. Oh! Oh! So, ihr Noobs. Jetzt geht's los. Wieso geh ich auf das Ding mit dem Kleber, Alter? Oh! Oh! Ey, ich kann da gar nicht drauf springen! Oh! Pfeil! Oh! 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 Nein! Oh Mann! Was ist das für ne Scheiße? Was soll das bringen? In Ordnung. Oh! Ey! Wieso hab ich immer so'n Pech? Nein! Ey, wie könnt ihr so genau auf so'n Dingern landen? Was ist das denn? Wer habt ihr denn da hingesetzt? Weiß ich auch nicht. Ja! Oh Mann! Geil! Das ist voll schwer in der Luft zu steuern. Ja, ne? Den Mist hier, ey. Ey! Da hab ich grad Eis drauf gesetzt. Ne! Mach ich denn hier, ey! Wieso macht Alex eigentlich immer so'n einfachen Weg dahin? Ich hab das nicht hingekriegt, die Autos. Ich will ja hier gewinnen, doch. Oh, noch drei Runden, scheiße. Wie soll ich das denn gewinnen? Mit ein bisschen Skill, ja. Ey, toll, jetzt können wir... Was ist denn das für ne Münze? Hast du die gesetzt, Arne? Ja. Wirklich hat er die gesetzt. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Aber Arne hat's ja bisher noch nicht einmal geschafft, also. Oh! Ey, wie... Ey! Farkoin Nils das jetzt gewinnt. Ja, ey! Oh Mann! Ey, wie... Ey! Was machst du denn da eigentlich? Mit Controller ist scheiße, Alter. Ja, wieso spielst du auch mit Controller? Ich weiß noch gar nicht, soll ich sprinten oder? Sprintet ihr? Ich sprinte oft, ja. Oh! Ey, was machst du denn da? Oh, hä? Das hat voll getroffen. Hä? Das hat den auch getroffen! Ah, nein! Jetzt ist er einfach in der Luftfahrt. Ja, das ist echt komplett laggy, Alter. Ey, irgendwie... Easy gewonnen, Alter. Als ob ich das noch gewonnen habe, Alter. Mit deinem Easy-Weg da oben, den du selber wieder hingesetzt hast. Langweilig. Ja, du könntest ja genauso gehen, du Otto, ey. Bist ja draufgegangen. Ja, waren lange. Ja, zwei Kisten, ey, Jungs. Cool. Ich will jetzt mal eine neue Map spielen. Ich weiß doch, wie Arnie einfach gegen gerannt ist. Ey, komm! Kann man da nicht drauf sitzen? Doch, kann man. Aber ich bin da irgendwie wieder runtergefallen. Wasserfallen. Wasserfall, ey. Doch, die Map ist cool. Ah, da fuck, da oben war noch eins, hab ich nie gesehen. Kein Problem. Da kriegt jetzt jeder von uns selber Wasserfall. Ja, wahrscheinlich. Aber die Maps schalten wir ja dann gleich immer frei auf. Ey. Hä? Für wen war das das erste? Für Nils. Und was war meins? Für dich selber. Jeder hat Wasserfall. Jeder hat Wasserfall bekommen. Also. Verstehe. Jetzt ist das Ding da voll sinnlos. Ja, irgendwie ist das zu einfach hier. Irgendwie ist das zu einfach. Ja, was machen die denn für Geräusche? Nee, 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 nee. Das ist der... Nein, lass mich durch! Oh, Mann, ey. Ich darf das jetzt nicht verkacken. Das ist korrekt Arne. Wer hilftst du das denn verkacken, Alter? Arne schafft das. Och. Hallo. No points. Ey, wieso kriegen wir keine Fallen, ey? What the fuck? Ey, was soll das denn, Alex? Ja, wie soll man denn sonst die Münze kriegen, ohne zu sterben? Ja, aber nicht so einfach. Ja, gut, dann holst du die Münze? Nö. Ja, siehst du? Weil du nicht kriegst... Ja, und? Willst du die dann kriegen? Hallo, ich will höher springen. Oh! 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 Scheiße hier! Ey, wir kriegen einfach keine Fallen. Echt so? Was hat er da jetzt gemacht? Ich wollte die Münze holen. Oh, fuck! Mann. Ist der Propeller tödlich? Ey! Oh! Ey! Stark! Wie willst du denn die Münzen kriegen, Alter? Das ergibt schon gar keine Sicht. Der Propeller fickt mich doch gleich. Natürlich fährst du da genau lang, wenn die Tür auch aufgeht, ey. Ja. Och. Hä? Ist die ne so? Was? Däh! Das war bei dir auch so, oder? Bei mir ist der einfach durch die Tür BILLION TÜR gebacken. Ja, schade Nils, musst du wieder zurückgehen. Was macht der das da? Warte doch mal. Hallo. Was? Hä? Verraschel. Underdog Arne. Spaß. Wo ist Chat? Wieso bin ich eigentlich so schlecht? Boah. Was macht Nils denn da? Ey, da ist er. Ja, bestimmt. Comeback. Wir hatten das jetzt. Hä? Ich hab das ver... Nö, das ist ja laggy. Druch. Was soll das denn bringen? Okay, wieder da. Ach, der Charinius war weg. Ja, meine Mutter war drin. Ey, das ist ja wohl ein Witz! Boah, Schade. Wieso geh ich bei so ner Scheiße mal drauf? Ey, das ist absolut Aids hier. Das hab ich gut gelehrt. Oh nein, meine eigene Falle! Was ist das denn da für ein Kackding? Oh, der schießt zu hoch. Oh. Auf dem Bild da soll das... Also, als ich das passiert hab, dann sah das anders aus. Jetzt gibt's Schlitzungen, Alter. Jetzt. Ende im Gelände. Alter. Jetzt geh ich wieder hier lang her. Scheiß rum, ich schieße von hier ab. Oh! Ich muss in richtigen Zeiten nicht mehr aufwenden. Oh! Oh! Schock! Das ist tot! Oh! Hui! Hey! Hey, ich werd weggeschoben! Oh, Freunde der Nacht. Nein! Nein! Nicht runter! Oh, Mann! Mann! Ey! Oh, Mann ey! Ey, das ist scheiße! Das ist kack geschützt auf! Das ist geiles Geschütz. Absolut nervig! Scheiße! Da würde man auf die Ahle da rumschminken, ey! Oh, oh, oh! Ey, was? Ne! Ja! Tschüss jetzt! Nice! So! Ey, das ist ja behindert! Wann wird das denn jetzt? Oh, oh! Kleber! Ja, ich wollt grad sagen, das ist doch locker machbar, da hochzuspringen. Nein! Oh, ich hab Kleber! Oh! Kein Problem! Oh, dieser Kleber ist so nervig! Bam! Da geht's los, ey! Was für Comeback? Was ist hier weg hinter mir die ganze Zeit? Mann, ich hab einfach die Bombe genommen, weil die cool aussah. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja gut, das hätt ich auch weggemacht. Toll, jetzt geht der Weg ja gar nicht mehr. Ja, aber das ist zu einfach. Hä? Anstatt ihn schwerer zu machen, wenn ich jetzt hier... Oh! Ey, ich bin zu dumm! Ich krieg hier... Mann! Ich geh immer durch meine eigene Falle drauf! Das ist blöd, Arne, ne? Ja, das ist richtig blöd. Ey, das darf ich jetzt nicht failen. Ja, moin! Äh, da komm ich ja gar nicht mehr lang, ne? Oh! Hallo! Ja, musstest jetzt schaffen, sonst hab ich gewonnen, Nils. Ah, alles cool. Ey, die bewegen sich einfach genau gleich, da komm ich ja nicht lang. Ja, das ist richtig. Du musst lieber das Sprungbrett. Bin auch übers Sprungbrett. Irgendwann wieso landet der da nicht drauf? Boah. Ja! Alter, ey, geil. Du, jetzt Wasserfall, oder was? Loll! Loll, ich fliege! Los! Ach, 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 ach.